Welche inneren Glaubenssätze hast du? Welche positiven Glaubenssätze und welche negativen Glaubenssätze? Was hast du in deinem Leben bis heute gelernt und einprogrammiert, was du immer wieder jeden Tag auf unterbewusster Ebene abspielst? Welche Programmierung läuft da ab? Was glaubst du über dich oder über die Menschen oder über andere Themen? Was glaubst du darüber? Und, auch interessante Frage, was glaubst du, wie groß ist der Einfluss von diesen Glaubenssätzen auf dein Glauben, auf deine Denkweise und auf deine Handlung?